Nah am Wasser, nah am Schloss und nah am Zentrum. Das erste Grundstück auf dem Areal der Waisengärten ist verkauft. Die Friedrich-Schütt-und-Sohn-Baugesellschaft aus Lübeck erwarb die 2400 Quadratmeter große Teilfläche. Diese liegt direkt an der Verlängerung der Amtsstraße am Eingang des künftigen Wohngebiets. Ein Mehrfamilienhaus mit etwa 50 Wohnungen sowie etwa 40 PKW-Stellplätze werden dort errichtet. Nachdem Fähr- und Entsorgungsleitungen verlegt und erste Baustraßen angelegt worden sind, kann der Hochbau beginnen, wahrscheinlich im Frühjahr 2014. Auch ein weiterer Vertrag mit einem anderen Investor ist in Vorbereitung.